Es gibt Situationen in meinem Leben, die brauchen keine Worte und sagen mir doch so viel. Braut und Bräutigam, die einander küssen. Eine Mutter, die ein neugeborenes Kind in den Armen hält. Ein Feuerwehrmann, der aus einem brennenden Haus jemanden rettet. Ein Flüchtling, der nach seiner Rettung frei aufatmen kann. Kinder, die Freude strahlen und mit Begeisterung miteinander spielen. Da stehe ich selber nur daneben und kann staunen. Diese Begegnungen der Menschen erzählen mir wortlos von ganz viel Liebe. Am liebsten würde ich diese Momente für immer festhalten. Das mitzuerleben, gibt meinem Leben Bedeutung und Sinn. So ähnlich stelle ich mir die Erfahrungen der Freunde Jesu am Berg vor. Die Erkenntnis, dass es im Handeln Jesu um ganz viel Liebe geht. Und die Zuversicht, so ist Gott. Ich wünsche Ihnen Staunen über die Liebe Gottes in unserer Welt.